Guten Abend, Beringer Buschmann hier von Tymgym, gerade am Ende eines FMT-Seminares am Abend und wollte mich kurz zu Wort melden mit der Videobotschaft für den Functional Training Summit 2015 und euch kurz mitteilen, was wir mit euch vorhaben. Und zwar werden wir die Pre-Conference auch wieder halten zum Thema Foamrolling, zum Thema Flossing und Taping mit unseren Kollegen Markus Erhardt, Andreas Alhorn zusammen und auch über das Thema Faszientraining natürlich ein bisschen was erzählen und euch praktisch die Verbindung auch spüren lassen von Flossing, Foamrolling und Training, euch darüber ein bisschen was berichten und am Freitag mit euch nochmal zusammen in einer Hands-On ein bisschen myofasziales Training machen aneinander, was dann auch Bestandteil von FMT Sport und Medical sein wird, die dann in der Schulungsreihe im Oktober losgehen. Ansonsten sind wir jetzt erstmal in der Sommerpause, was die Seminare angeht, sehen uns also als nächstes am Functional Training Summit 2015 ab dem 23. Juli 2015 mit der Pre-Conference und hoffen auf einige interessierte Teilnehmer und freuen uns enorm auf das Event und sind natürlich mit dem restlichen Team vor Ort. Wir freuen uns, bis dann! ... ... ...